Hallo! Hallöchen. Blub blub! Willkommen zurück, Leute, zu Fallout 3! Heute als Gast mit dem, dem, der, die, das, Dings, die Tofu-Kanone und so. Hallo Tofu. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Ja. Mir hat doch der Typ hier gerade mit meiner Aufnahme gequatscht, der zackt da. Hallo! Arschloch. Sorry. So. Ja, wir sind auf dem... Mir passiert das immer am Anfang, dass diese Typen vorbeikommen. Wenn man mega nett ist, kommen ja immer Leute und geben ihnen Geschenke. Ach ja. Jedes Mal. Ich will gerade anfangen und dann... Megatonsiedler. Hä? Sie haben so viel für uns getan. Nehmen Sie das hier. 12 Kronkorken. Danke. Das tue ich zu den anderen 200.000 Kronkorken. 200.000 war ein bisschen übertrieben, oder? Äh, ich glaube... Damit bitte nicht, dass du so viel hast. Äh, 80.000 vielleicht? Erlass ich viel. Das ist aber eine ganze Menge dort. Junge. Das ist eine ganze Menge. Entschuldigt, Leute. Ich bin immer noch krank und da flog der BMOF nochmal nach unten. Das ist cool. Die können alle fliegen, wenn sie tot sind. Das finde ich super bei Fallout. Ich mag das. Hast du aber in Dark Souls zum Beispiel auch? Das ist dieses Havoc-Engine-Ding. Mhm. Wenn man ein Gebiet mal lädt, dann werden die Leichen erstmal irgendwie so in die Luft gelegt und dann fallen gelassen. Ja, wahrscheinlich damit sie nicht durch den Boden fallen, so als Safety-Measure. Weil das sähe auch ziemlich blöd aus, wenn sie auf einmal verschwinden würden. Könnte ich jetzt mehr schätzen. Könnte ich jetzt einfach mal schätzen. Aber, ähm, warum nimmt eigentlich jeder die Havoc-Engine? Ist die auch so, äh, pille-palle einfach wie, ähm, die Unity-Engine? Ähm. Wie viele Alternativen man so hat. Also, man möchte ja jedenfalls nicht für jedes Spiel seine eigene Physik-Engine programmieren, weil, äh... Macht ja Sinn, klar. Ja, ich meine, ist ja auch okay, ne? Aber irgendwie nimmt jeder die und die ist immer irgendwie so ein bisschen scheiße. Also, Havoc ist, Havoc ist halt lustig, vor allem mit den Dark Souls, mit diesem geilen Ragdolling, mit den Leichen. Oh, das ist so, das ist so toll. Wobei das in Demon's Souls ja teilweise noch lustiger war, wenn... Echt? Irgendwie die in einem... Ja, wenn man richtig stand und Glück hatte, konnte es passieren, dass ein Gegner in einem drin steckte. Also, man hatte dann irgendwie... So, die Leistengegenden waren miteinander verschmolzen. Irgendwie komische Fortpflanzung oder sowas. Und die sind dann minutenlang so rumwackelnd mit einem hergelaufen. Aber das gibt's bei Dark Souls auch noch. Dass sie so in einem festbacken an der Taille so ein bisschen. Keine Ahnung warum, aber dann kriegst du dir auch ein paar mehr in. Ja, Dark Souls 2 haben es geändert, leider. Ich fand's aber gut, dass sie es geändert haben. Nein, ich fand, das war so ein lustiges Feature. Ja, aber das... Ja. Es war halt lustig, aber das macht das Spiel... Lustiger Aspekt des Spiels. Das macht das Spiel halt nicht aus, ne? Eigentlich. Okay, eins, zwei, drei... Vier... Oh, das ist gut. Das ist auch gut. Da unten läuft der Ghul rum. Weißt du was? Komm schon. Explode! Ruh mich nach. Dieses... Dieses auf, ähm... Auf... Auf Kurztasten legen so. Weil es gibt ja mehrere Stellen im Spiel, wo dir dann deine Ausrüstung weggenommen wird. Von wegen du bist jetzt gefangen und deine Waffen... Ach ja, dann ist das ja weg, ne? Und jedes Mal darfst du noch von vorne anfangen. Das Ganze von null auf null. Ah, schlimm. Das stimmt. Das ist richtig, richtig nervig. Oder kann sehr, sehr nervig sein. Dann ist das so. Ähm... Okay, schreibt... Ich hoffe, der Ghul ist jetzt ein bisschen explodiert. Das war zumindest meine Intention dahinten. Ah, der explodiert da wieder. Ah, ist das... Komm, ist ja nicht schön. Ah... Die Explosionen fand ich immer recht cool. Muss ich sagen, bei Fallout. Ich glaub, die hören sich cool an. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Vom Aussehen her sind sie halt so ein bisschen Mini-Atompilze. Ja... Sie sehen immer gleich aus. Aber ich fand sie trotzdem ganz cool. Schöne... Schöne Sache. Ja, der Ghul steht da natürlich noch. Das misst viel, ne? Der hat das alles überlebt. Dieses Schweinchen, ey. Und... nein... Ich glaube, Chi ist nicht da. Ich jedenfalls steht aber... Ne, leider nicht. Ich hab Chi noch nicht gesehen. Mein Tag sieht zurzeit so aus. 5 Uhr aufstehen, dann bis 15 Uhr arbeiten, dann die Aufnahmen bis ca. 18 Uhr. Ja, das ist aber locker. Ja gut, 5 Uhr aufstehen ist eklig. Aber sonst... Fahrschule, Teilspieldienst. Ah... Skypen mit dem Murmeltier. Oh, das tägliche Skypen mit dem Murmeltierchen. Wie süß. Ah, guck mal, ein Ghul. Moin, mein Freund. Das Wort, was du suchst, ist schmalzig. Nein, ich find das süß. Ja. Ich mag Chi und Nara, die sind toll. Achso, er ist gerade... Achso, ja gut, dann ist Chi auch da. Ah. Ja. Stimmt, Nara hat er gemeint, der ist... Ah, er weiß noch nicht, ob er im Stream sein kann, weil er... bei Chi ist. Oder weil sie auch noch weggefahren sind, glaub ich. Menschenfleisch, nimm Menschenfleisch. Menschenfleisch. Kann man essen. Nom nom nom. Nein, 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 nein. Nehme ich jetzt nicht mit. Ist böse. Wieso ist das böse? Weil... Weil Böse. Weil Kannibalismus nicht gut. Warum? Äh, weil gegen seine eigene Art gehen ziemlich scheiße ist. Weil wir uns gegenseitig ausrotten... Du hast aber nicht mehr umgebracht. Du isst nur das Fleisch von jemandem, der schon tot ist. Was ist daran jetzt noch verwerflich? Also ich würde zustimmen, dass das Leute umbringen, um sie zu essen, verwerflich ist. Aber wenn er schon tot ist... Ja. Nehmen wir an. Autounfall. Oder Flugzeugabsturz. Und das einzige Essen, was da ist, ist dein Co-Pilot, der gerade tot ist. Würdest du dann jetzt lieber verhungern oder lieber den Co-Piloten essen? Das kommt ganz auf den Co-Piloten an. Jo. Wenn er so ein bisschen angekokelt ist, wer weiß. Ja. Lieber roh oder... Komm, dann lieber angekokelt. Ja eben. Meine ich doch. Wenn er ein bisschen angekokelt ist, ne? Könnte man sich das überlegen. Aber roh... Wenn er schon so ein bisschen vor sich hinfault... Dann wäre so dörfleischmäßig. Und ich meine, hallo, das war ein Ghoul. Ein faulendes Viech. Das hatte Menschenfleisch dabei. Meinst du, das Fleisch war noch ganz in Ordnung? Ich glaube dir weniger. Denkst du, die anderen Sachen, die du hier isst, sind noch ganz in Ordnung? Äh, also bitte. Fall Oats. Das ist eigentlich Hörnchen im Stiel. Am Stiel. Aus dem nicht mehr funktionierenden Kühlschrank im Radarlager geholt. Denkst du, das ist sauberer als das, was der Ghoul hatte? Das war ne gute Taktik. Ich hab hier die Ghoul gesprengt. Oh, das war super. Yeah. Ja. Ich glaube, das ist noch gut. Der Ghoul wird ständig in Strahlungsquellen rumlaufen, weil der ja gut für die ist. Das heißt, irgendwelche Mikrobakterien und Zeug werden auf dem Fleisch nicht mehr sein, weil die sind totgestrahlt. Naja, der Ghoul lebt ja auch noch irgendwie. Also vielleicht haben die es auch irgendwie geschafft. Wir müssen auf jeden Fall durch den eingestürzten Metrotunnel. Jetzt was auf den Tisch kommt. Oh Gott. Oh Pudding. Nom nom nom. Oh, ich hätte jetzt auch gern Pudding. Schauspielern. Was für ein Musik? Du bist dann einfach verfressen. Es ist egal, was für ein Lebensmittel man erwähnt. Du sagst, oh lecker. Hallo T-Abyss. Nein, Hauptsache es ist Fleisch. Tofu, bitte. Ich möchte da eine Unterscheidung haben, ja? Pudding ist kein Fleisch. Und es darf nicht Tofu sein, das sagst du. Weißt du, wie ich Pudding mache? Okay, du tust offensichtlich ein Steak dazu. Dazu? Das ist die Basis. Das ist die Beine. Pudding mit Wiener Würstchen drin. Ich stell mir das grad vor. Pudding mit einfach nur rohen Würstchen reingesteckt. Oh voll lecker ey, voll lecker. Also ich bleib morgen bei meiner Entenbrust mit. Oh Entenbrust, ich weiß wie geil das wäre. Ja. Nee, ich will das da. Ich glaube das Wort, was du suchst, ist wie geil das sein wird. Wäre bei mir, weil bei mir wird das nicht sein, ne? Merkst du was? Enten laufen frei rum. Melilla, dein PC kommt muss zu mir. Das hast du irgendwie falsch verstanden. Was? Ich will da nicht rein. Nein, ich will da durch den blöden Tunnel. Ich dachte, hier ging's weiter. Oh, oh, hier könnten wir aber vielleicht einen Roboter befreien, wie das aussieht. Aha, macht die Technik dir zunutze. Das ist geil. Vielleicht können wir noch ein Mektro-Ticket, die können wir verkaufen. Okay, der Pudding würde jetzt an Abyss abgegeben. Was? Wie gemein. Ich versteh's auch nicht so ganz. Also, weder die lesbische Beziehung scheint zu funktionieren, noch die Beziehung mit dir. Und jetzt kriegt, äh, Abyss-Ding vor dem. Bitte sagen wir, dass er 5-Quicksave ist. Ja, dankeschön. Ok. Ich hab' nicht aus Versehen quickload, ne? Nihihihihihihihihihihihi... Hatten wir schon genug. Hatten wir schon mehr als genug. Ok, Silks funktioniert nicht. Ähm... Was würdest du sagen, Tufu? Du bist doch immer so fanat da drin. Das ist ordentlich zu machen. Also, ich kann dir sagen, dass es Tices nicht sein kann und Tiles nicht sein kann. Lives könnte hinhauen. Nein, das hast du gerade entfernt, also Lives kann es nicht sein. Saves könnte es aber sein, oder? Saves könnte es sein. Side könnte es auch sein. Side ja, theoretisch schon, ja. Vinyl nicht. Ja, das... Achso. Oh, sehr schön. Und Wins könnte es auch sein. Wins? Vielleicht kriegst du das ja noch entfernt. Saves, Side oder Wins. Du hast eh nur drei Versuche. Das sind die einzigen drei noch bleibenden Optionen. Ja, aber ich würde trotzdem gerne mit einer Plus enden da. Toll. Ja, nehmen wir Saves. Nein. Side? Side war richtig. Ach, sehr gut. Warum kommt der Virus ein Pudding? Hm. Zieh zu mir gehören, dann kannst du da auch den Pz- Wow, wie gemein, Meli. Das ist aber nicht nett. Ähm, die Rolltreppen. Geht nicht. Beleuchtung geht auch nicht. Och man, aber den blöden Protektron können wir immer aktivieren. Immer diese, diese... Hallo? Diese Erpressung in Beziehung. Wirklich. Ja, schlimm, oder? Wenn du mich wirklich lieb hast, dann würdest du. Nicht schon wieder Resident Evil. Wieso, war nicht dieses Revelations-Ding wieder ganz okay? Nee. Hab ich gehört. Mhm. Also ich hab selber nicht gespielt. Sagen die Resident Evil-Fans, aber ich sag da trotzdem was anderes zu. Es tut mir leid, ich kann mit dem Spiel nicht anfangen. Ist genauso wie mit, ähm, Evil Within Resident. Find ich auch doof. Yeah, hey, Bunny. Sehr schön. Das freut mich. Dann kann ich den Ding hier nachher löschen. Super. Achso, du liest den Chat jetzt auf. Dann muss ich ja gar nicht so aufmerksam halten. Dann viel Spaß damit. Du kannst den auf jeden Fall auch gerne lesen. Äh, und mir das sagen, weil ich komm nicht immer dazu, wenn hier mir gerade ein Super-Mutant vor dem, vor der, äh, Flinte steht und irgendwie ich gegen die Wand ballere, weil als Charakter bin ich einfach so doof. Oh Gott, jetzt ist gerade mein Protektron explodiert. Also, Johannes jedenfalls ist sehr unglücklich damit, dass du Resident Evil nicht magst. Ja, Johannes, ich weiß. Aber ich werde es hoffentlich überleben. Du hast auch noch nicht wirklich was an, an, äh, anderen Waffen, ne? Ich habe gar nichts an besonderen Waffen. Meine Schrotflinte ist das Einzige, was mir so besonders ist. Ich glaube, dass die fast kaputt bei mir, weil ich irgendwie... Ja, ich hätte die auch gerne schon, aber es wäre eh noch nicht sinnvoll, weil ich kann mit den Dingern nix anfangen. Das ist das Blöde. Scheiße, du kannst doch mit denen nix anfangen, ich meine. Weil meine Fähigkeiten so schlecht sind. Ich treffe auch mit Energiewaffen noch nichts und ich will später mit Energiewaffen rumlaufen, weil ich die geil finde. Jeder verteufelt sie immer. Ich finde sie toll. Ich liebe das, das Plasma-Gewehr, das spezielle A3-12 oder wie das heißt. Ach, das Ding, ja. Prunksi, meinst du das Fenster, das, äh, dieses ganz, ganz kleine Ding, wo wirklich nur die Anrufsdauer und ein Auflegen-Knopf und sowas drauf ist? Weil das kannst du einfach mit x schließen. Der Anruf dürfte dann nicht beendet werden, solange du dieses eigentliche Chat-Fenster mit der Person offen lässt. Mhm. Genau das, ja. Das ist automatisch aufpoppt, aber... Ja, das, aber das, ich meine, das kannst du einfach wegmachen. Du musst nur einmal außerhalb des Anrufsfensters klicken und dann ploppt das ja auf und dann kannst du es einfach mit x wegmachen und dann ist okay. Solange der Anruf noch da bleibt, ist ja gar nicht so schlimm. Ich hab's noch nicht rausgefunden, Leute. Mensch, Mensch, Mensch. Ich bin enttäuscht. Ja, ich mach mal noch ein bisschen Fallout, ich freu mich. Endlich mal wieder ein bisschen streamen können. Das ist cool. Ja, das Problem ist halt auch, ich hab nicht so viel Speicher auf meiner Festplatte. Leider hab ich jetzt Isaac nicht aufgenommen. Ja, bei dir. Kannst du mir gerne eine Festplatte abgeben, wenn du Bock hast, aber... Könnte ich. Du müsstest nur vorbeikommen und sie abholen. Toll. Ich hab hier noch 250 Gigabyte liegen, die nicht mal eingeschraubt sind. Ja, 250 Gigabyte. Ich weiß, wie schnell die voll sind. Ja, ich nehm in Full HD auf. Also fast alles. Ja, dann sind die richtig schnell voll. Meine Hauptaufnahmenplatte ist ein Terabyte, aber die sind auch selten mehr als halb voll. Ich verarbeite halt meistens sofort. Ja, ich ja auch. Also ich versuch's zumindest, aber... So mit Uni und so klappt das nicht immer. Bin ich hier überhaupt richtig? Ich glaub, ich lauf grad völlig falsch. Ich bin grad auf völligen Abwägen. Ich weiß auch nicht, wo du bist. Ich habe auch in der Stadt selber überhaupt keine Orientierungssinn. Hey, Raider. Ich weiß da nicht, wo irgendwas ist. Ach, die Stadt ist nicht so das Problem. Da gibt's eigentlich nur den einen großen Platz und ganz viel Bullshit, wo der eh nichts bringt. Drumherum. Da sind aber überall immer wieder Wände und da muss man irgendwie durch Tunnel durch, um irgendwo hinzukommen. Und dann da durch den Häuserblock und in den anderen Tunnel rein. Ich find mich überhaupt nicht zurecht da drin. Oh ja, ne Kampfflinte, geil. Das ist ein bisschen nervig, aber an sich geht das auch. Nehmen wir doch grad die bessere, Mensch. So. Kampfflinte, super. Ich hab endlich wieder ne Kampfflinte. Kannst du nicht auch direkt reparieren? Ja, kannst du. Äh, sie ist halt etwas verzögert deswegen. Entschuldige, aber ich hoffe... Ja, ja, er hat die auch direkt... Ah, das ist schön. Ich mag so Komfortfunktionen, Leute. Könnt ihr mir sagen, was er wollte. Ich find die super. Dass er die direkt übernommen hat. In anderen Spielen hätt ich die jetzt nämlich neu belegen müssen, weil ich die eigentlich belegte, weil das so hardcoded ist, in manchen Spielen, dass ich die neu hätte, äh, also, ne, dass die überschrieben worden wäre und dann wär da, wär die, ähm, Belegung weg gewesen. Oh ja. Das ist für die Sache, ne? Super. Man merkte sich halt nur, dass quasi eine Kampfflinte auf, äh, Knopf 4 oder sowas liegt. Genau. Ja, ob man halt das, äh, ja, ich drück die Falle. Ob man das halt auf die, auf das Item selbst mit der ID bezieht, ne, oder, äh, einfach nur auf die Art des Items. Das macht schon einen großen Unterschied. Oh man. Ich versuch, ich fang echt langsam schon an so zu denken die ganze Zeit, ne. Das ist richtig, richtig schlimm. Eigentlich gut. Ja, ich weiß. Ja. Also, vor allen Dingen, wenn du das jetzt gerade noch studierst, es ist gut. Es sind, du machst immer so einen Eindruck, als du wärst dir peinlich. Oh verdammt. Nein, aber es ist ungewohnt. Ich weiß manche Sachen. Ist das nicht schlimm? Es ist ungewohnt. Coole Kinder sind dumm, oder wie? Hahaha. Was? Oh, ich wollte eigentlich, dass... Nicht den Raider, dankeschön. Da ist noch... Oh, Raidaway, gib mir Raidaway. Äh, hast du eigentlich Probleme mit Raidaway, das... In deinem Durchgang? Manchmal hab ich so das Gefühl, es wird langsam eng. An so manchen Situationen, gerade wenn ich so an, an die Präsidenten-Suite denke, beziehungsweise eben das Weiße Haus. Respektive an die Tunnel. Weiß ganz selten mal eins ein, meistens hole ich mir direkt im Haus, ich hab hier die Krankenstation, da kann ich dann einfach mit einem Klick alle Strahlung entfernen. Ja gut, das ist natürlich sehr praktisch. Und dann, bis ich das nächste Mal wieder im Haus bin, ist die Strahlung eh vielleicht mal auf Stufe 1. Na gut, mit der Krankenstation, das ist wirklich einfach, das stimmt. Wenn man auch wieder da hinkommt. 250 GB schnell voll. Ja, wir reden aber auch übers, ähm, übers Aufnehmen. Was meinst du, wie schnell die dann voll sind? Also so eine halbe Stunde in Full HD können gerne mal 60 GB werden, 80 hängt vom Spiel ab. Also bei Darksiders hatte ich ohne Full HD, bei einer halben Stunde 80 GB pro Datei. Boah, ihr blöden Vollhirn-Hies, ne? So, gib mir was Schönes. Converted? Nein. Ja doch, 80 kommt ungefähr hin. Es kommt aufs Spiel an. Aber ich lasse es bei 20 Minuten bleibe. Ich auch. Es hängt da recht vom Spiel an, ja. Aber es kommt wirklich aufs Spiel an. Ja, ich muss auf 20 Minuten bleiben. Ich muss unter 1 GB bleiben mit den Parts, weil sonst dauert es einfach mal 4, 3, 4 Stunden, bis es hochgeladen ist, hab ich so. Oh, toll, erlaubt uns aufgefüllt, Dankeschön. Jetzt, wo ich's nicht gebrauchen kann, ne? Das hasse ich immer, ey. Achso, ich guck gerade auch so gar nicht, äh. Ja, ist okay, ich hab wenig zum, oh, hier werd ich wieder, hier werd ich wieder Lame hacken müssen. Ach, du machst eh wieder nur Lazy Hacking, ne? Ja, jetzt werd ich's müssen, weil ich hab keine, nichts hier um rauszufiltern. Weißt du, was heißt, du musst, du hast ein, du hast eine, du hast eine, du hast eine 4 Versuche frei und du hast schon Hinweis. Ja, ich weiß, mein Gott, regt's ab. Ähm, okay. Weißt du, vor allem bei so langen Wörtern ist es viel einfacher, ohne irgendwie lange nach Klammern zu suchen und sowas. Bist fertig. Ja. Mein Gott. Hört ihr das, Leute, hört ihr das? Ja, okay, es kann C-O-N nicht sein. Und es könnte theoretisch noch was mit Idee sein, aber... Correctly hatte nur ein, also ich... Hier sind zwei richtig gewesen, ja, dann ist es Idee schon mal nicht. Es bleibt nicht mehr, nichts mehr viel übrig, Soundfahrt könnte noch. Ja, bam. Siehste, nicht ganz 100%, aber läuft. Das ist am... So klappt das am besten, finde ich. Ähm, so und jetzt soll das Ding die mal abballern. Viel Spaß. Wer hier reinkommt, der kriegt mir das Schrollflitter ins Gesicht. Ja, Trunks, es ist ein bisschen komisch, dass Correctly falsch ist, aber... Es ist ironisch, finde ich. Ich hab dich gefeuert! Oh, ich hab mein Pad an. Sorry. Schweinehund, ey. Und die haben ihren eigenen Turm zerstört, die sind doof. Deswegen platzt dir der Kopf vor Schreck. Sind wir so hässlich, Leute, ehrlich. Bloody Mess, einfach super. Wir haben noch den coolen Hut auf. Warum sind wir denn so hässlich, dass denen der Kopf platzt, wenn sie uns sehen? Und alle anderen Gliedmaßen. Wie gesagt, Bloody Mess, einfach geilstes Perk ever. Ich find's aber... Ja, das ist schon... Das ist auf jeden Fall geil. So herrlich, überzeichnet, übertrieben. Ich find's aber teilweise ein bisschen ermüdend. Ach, da unten seid ihr, Schweinebären. Es ist dann nervig, wenn man die Einzelteile nicht mehr voneinander unterscheiden kann und drei Gegner auf einem Haufen liegen, natürlich. Oh ja. Aber es ist schon lustig, wenn man in so einer kleinen kalibrigen 9mm oder sonst was, oder 10mm Handfeuerwaffe jemanden einmal in den Kopf schießt und dessen Beine wegspratzen. Das ist so krank. Ja, das ist so schön. Das stimmt allerdings. Wo bist du jetzt? Wo ist die Truller hin? Da ist die Truller hin. Willst du etwa raufkommen? Ich bin mir gesichtlich unbeeindruckt. Willst du hier etwa da hinten, wo bist du jetzt? Bist du da unten? Oh, Mädchen. Kannst nicht machen. Dann... So, trifft gefährlichst. Och, komm schon nicht daneben. Ja, genau. Kopf... Das sah auch gut aus. Wirklich sauber abgetrennt, den Kopf. Einfach schön. Das hat sowas von diesen Comic-Sachen, ne? Wo der irgendwie irgendjemand über eine Klippe springt und dann erstmal sich umguckt, bevor er runterfällt. Ja, genau. Irgendwie schon. Der Kopf erst schwebt da noch ein bisschen, blinzelt noch einmal und dann fällt er runter. Genau, aber bis wie in echt. Wie in echt, sag ich euch. Okay. Joa, ich hab keine Ahnung, wo ich hier bin. Ich bin total falsch. Definitiv. Definitiv. Ich weiß auch nicht, wo du bist. Also, ich kann dir da überhaupt nicht helfen. Das ist super. Leute, das ist ein Gast, ne? Wenn er weniger Orientierung hat, als der Streamer. Das ist doch wirklich sinnvoll. Wenn du mich für ihre Orientierungshilfe dabei hast, dann kann ich gehen und dir einen Kompass suchen oder so. Ich hab doch einen dabei, aber der hilft mir nicht wirklich. Vor allem, oh, guck mal, wollen wir die formschöne Karte benutzen? Oh ja, die lokale Karte in Höhen. Die ist immer wunderbar. Oh, guck mal. Hm, Matsch. Einfach nur so. Einmal übers Display. In den Tunneln geht's sogar noch, wenn das so natürlich Höhlen sind. Da sieht man dann wirklich gar nichts mehr. Das ist so ein Mischmasch an Linien. Aber wirklich. Alles überlagert und dann auch am besten mehrere Ebenen, ne? Dann kannst du gerade vergessen. Ich weiß, wo ich hier bin. Zumindest kommt mir das hier sehr bekannt vor. Es kommt mir auch bekannt vor. Nee, nee, nee. Aber ich glaube, dieses Design gibt's an mehreren Stellen, weil es ist nicht Little Lamplight. Eben, ne? Das kam mir jetzt auch gerade in der Richtung vor. Aber es erinnert mich ein bisschen dran. Aber ist das nicht irgendein Wort eigentlich? Nein, wie bei... Ja, das sieht nämlich auch so aus. Aber ich meinte jetzt wie bei, ähm, diese Schmuck... Schmuggler's Den bei, ähm, Arifu. Da unten. Ah, genau. Ich weiß, was du meinst. Ja, stimmt. Wo wir gar nicht drin waren. Wo wir einfach nur das Design, äh... Ja, eben. Das sah ziemlich ähnlich aus gerade. Ach so, guck mal. Ein wilder Ghoul. Oh, der hat ja nicht hübsche Augen gehabt. In Arifu gibt's die Wackelpuppe zum Reparieren. Der hat hübsche Augen gehabt. Was? Oh, da muss ich nochmal hin. Ähm, warum liegen hier tote wilde Ghoul und ein Raider dazwischen? Gut, okay, das Bild ist jetzt sehr eindeutig, aber, ähm, was, was tue ich hier? Das ist einfach eine Party, die aus dem Ruder gelaufen ist. Kennst du nicht diese Facebook-Partys? Hm, ja. Ja, ne, dann stellst du mal auf Facebook und zack, sind die Ghoul da. Ja, dann laden sie alle ihre Freunde ein und du wirst sie nicht mehr los. Oh, der hat aber schöne Sachen dabei. Oh, 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 ja, genau. Schön, dass ich da noch gemerkt habe, dass das Ding an ist. Hauptsache Minen hier stehen, ne, und dann lockt er die Ghoul nicht da hinten. Moment mal. Wir sind... Mall Outpost? Ah, ich glaube, hier bin ich noch nie langgegangen. Noch nie, Leute. Ich weiß es nicht. Ah, Falle. Laserstrahlennetz finde ich auch immer so schön. Ich glaube, das war ne... Hier ist noch ein Ghoul mit ein bisschen Menschenfleisch und ein bisschen Zigaretten. Ähm, ich glaube, war das ein Bouquet? Oh, Melli lässt eine Facebook-Party in deiner Wohnung steigen. Äh, nein, Mellilein, nein, nein, nein. Nein, 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 dann sind wir geschiedene Leute, kann ich dir sagen. Müsst ihr dafür nicht erst mal verheiratet sein? Also, ich frage mal. Egal. Egal. Ist mir wurscht. So, äh, jo, das ist schön hier. Es ist ja albern, dass du in dieser Situation bist. Im Ödland. Du musst um dein Überleben kämpfen, aber Menschenfleisch ist er nicht. Ich hab doch genug. Wenn's, wenn's so weit ist, dann jo, aber guck doch mal. Ich bin doch hier gut, äh, bedient. Ich hab ne Menge schwutziges Wasser. Ich hab Zuckerbomben. Was braucht der Mensch mehr? Ich hab Psycho, also ich kann mir Drogen reinpumpen wie behindert. Super. Nein, Leute, ist es nicht. Aber egal. Ich glaube, mit Ausnahme von irgendwie einmal aus Versehen, hab ich noch nie Drogen in Fallout 3 genommen. Echt ein bisschen. Äh, ich schon. Ich hab mal Bufford genommen. Bufford fand ich super, weil damit kann man mehr tragen. Bis ich gemerkt hab, oh scheiße, ist ja eine Droge. Ja, dann wird's nicht richtig. Äh, was ist hier los? Oh, Bunny ist auch schon dabei und hat zu Facebook gepostet. Mandy weiß, wo du wohnst, ne? Weil das würde erklären, wo die Adresse herkommt. Ja, sie weiß, wo ich wohne. Sie war ja schon da. Letztens erst wieder. Aber es war wahrscheinlich das letzte Mal, wie das jetzt ausschaut. Einmal willst du noch auftauchen, ist ja ihre Party. Aha. Ich weiss das. Denn hier ist zu. Zu gemauert. Ja, aber das ist wie mit Zombies. Irgendwann sind da so viele Gäste, dass auf den unteren Schichten der Gäste neue Schichten sich aufbauen und sie durchs Fenster reinkommen. Ist egal, in welchem Stock du wohnst. Ein zweites Stockwerk dauert doch nicht so lange, ne? Das ist nicht so gut. Nö, das ist, äh, ich mein, bei Zombies dauert das für so eine Drei-Meter-Mauer ja ein paar Minuten nur. Na toll. Super. Ich freu mich. Guck mal, wie die Ghoule hier liegen. Alle am Kuscheln. Ist total schön. Ja, denkst du, Ghoule haben keine Gefühle? Ja. Genau, das denke ich. Joa, die hatten Spaß mit den Ghoulen. Danach hab ich sie zerballert. Super. Der eine ist noch ein Aschehaufen. Der andere legt hier ein Stückchen. Okay, Bunny hat schon gesagt, er kriegt die Tür auch so auf. Also. Ah, cool. Glaube ich, das Problem ist geklärt. Ich komm überall rein. Aha. Interessant. Ich, mir würden jetzt einige Sachen einfallen, bei denen man nicht reinkommen will, aber, okay. Geh weg, du Stück. Du hässliches, faulendes Stück. Die anderen Ghoule finde ich ja super, ne, aber die hier sind abartig. Und geh mir auf den Senkel. Jetzt die. Die, bitch. Die. So, so ist brav. Hat aber ein schönes Lächeln. Ja. Bisschen zahnlos. Ein Gesicht, dass man die Mutter leben kann. Ich glaube, selbst die gibt da auf. Und vor allem, wir kriegen verdammt viel Schaden, obwohl ich SR-22 habe. Das ist ein Quatsch. Was übrigens nicht für Schutzrüstung steht. Nein, es steht... Wofür steht es eigentlich genau? Ich weiß nicht. Schadensreduktion. Schadensreduktion. Das ist doch klar. Oh, noch mehr Ghou... Sag mal, wo bin ich hier? Offenbar ist nicht in Downtown Ghoul. Nein! Ne, Underworld sieht anders aus. Das wäre ich ja so. Ne, ne, Underworld ist das nicht. Das hier ist Strahlenhülle. Oh nein. Aktuell kriegst du... Du bist auch bei Stufe 1 Strahlenbelastung. Das erklärt natürlich. Ja, aber das ist nicht so schlimm. Eins ist okay. Ja, aber bei Eins gibt es schon den ersten Debuff. Ja, aber der ist... Nicht sonderlich intensiv. Der ist sehr minder. Außerdem das Gute ist, wenn ich strahlenbelastet bin, dann heilen sich meine Gliedmaßen. Das ist toll. Schon nie gebraucht. Und da wir nicht schlafen gegangen sind, ähm, ja. Schlafen, komm. Überbewertet. Ja. Ne, mein... Genug Stim-Packs. Ja. Das sind ja theoretisch auch Drogen. Schlafen, eine Vollheilung. Das, äh, das... Kriegst du genauso gut? Ja. Ja. Ja, sind auch Drogen, aber von denen wirst du nicht abhängig. Das Spiel handelt sich nicht als Drogen. Komischerweise, ja. Komischerweise. Ja, obwohl, theoretisch bist du ja abhängig. Du nimmst es ja schon sehr regelmäßig, weil du dauernd irgendwann irgendwas angeballert wirst. Ich... Ich bin abhängig mehr so... Also, das Spiel gibt mir nicht den Abhängigkeitsstatus quasi. Genau, genau. Ich kriege nicht, äh... Sagen wir so, es ist insofern keine Sucht, als dass, solange ich Eichhörnchen am Stiel und Lego anhappen und sowas hab, futter ich echtes Essen. Aber das geht halt irgendwann aus und dann werden Stimpex reingeschoben. Oh, Johannes ist auch zur Party eingeladen. Yeah, Johannes! Schön, dass hier keine Wohnung mehr existieren wird, wenn ihr ankommt. Ja, genau. Ehe, dass ihr hier reinkommt, existiert die Wohnung nicht mehr. Sprengstoff. Ich seh schon, das ist dann nur noch so'n riesiger rauchender Krater, wo mal, ähm, Deutschland war. Und Gary, deine Wasserstoffbombe endlich fertiggestellt hat. Wenn ich hier nicht alleine sein kann, dann kann hier keiner sein! Hat die so'n Radius, ehrlich? Rote Zutrittskarte? Nee, gar nicht, Deutschland nicht, aber Wasserstoffbomben sind, äh... Ich wollt grad sagen, ich dachte 10x10km oder so, so'n Schnitt. Also, Wasserstoffbomben sind wesentlich heftiger als Atombomben. I know, deswegen. Atombomben waren doch zwei, oder? Im Radius. Im Radius. Ja, das hängt davon ab. Also, zwei ist, glaub ich, der Bereich, wo alles verdampft, so ungefähr. Okay. Ach so, ja, stimmt. Ja, das ist ja der, vom direkten Verdampfen, das ist ja nochmal ein Unterschied, ne? Ich glaub, ich weiß nicht, wie groß der Krater wirklich wäre. Also, ich glaub, der Bereich, der nicht mehr bewohnbar wäre, wäre deutlich größer. Ja, natürlich. Vor allem, je nachdem, wie der Wind steht, ne? Das ist ja schon sehr heikel für die alle in der Umgebung, aber... Oh, ja, das mit den Wasserstoffbomben natürlich. Das einzige Problem ist, dass, um die Fusion zu starten... Ah, scheiße! ...eine... ...eine normale Spaltungsbombe benötigt wird. Okay, ich hab keine Ahnung, woran du redest, aber das ist auch nicht so schlimm, denn... ...das sollte ja auch gar nicht das Thema sein, aber ich bin gleich tot, verdammt! Und außerdem hat mich irgendwie noch entdeckt, das find ich nicht so nett. Ja, aber Atombomben sind spannend, also ich meine, interessant, wenn nicht, erstrebenswert. Und um eine normale Atombombe zu zünden, die basiert ja auf Spaltung. Ja. Und Spaltung, also Uran oder Plutonium. Ja. Brauchen wir nur nicht mehr so sehr viel. Und dafür wird einfach eine Schale von TNT um dieses spaltbare Material detoniert. Das spaltbare Material wird dadurch komprimiert, erreicht kritische Masse und der Kettenreaktion, die Kettenreaktion rennt weg und explodiert. Und Leute, Talon-Kampfrüstung, endlich mal wieder, dann können wir unsere verbessern wieder. Oh, die ist super. Vor allen Dingen, hast du schon die Ranger-Kampfrüstung? Ne. Ich glaub nicht. Die kriegt man doch erst, wenn man die Ranger findet, oder? Da komm ich doch jetzt erst hin, wo ich das Signal empfange. Johannes, es ist tatsächlich so, dass funktionierende Anleitungen für Atombomben... Ich bestimme, Johannes. ...meistens im Rahmen von einer Stunde entfernt werden. Also, vielleicht findet man sowas, aber jetzt nicht gerade, wenn man einfach nur auf Google sucht. Außerdem braucht man eine Verschaltechnik, die so exakt ist, dass man das nicht einfach zu Hause bauen kann. Eine schmutzige Bombe kann man zu Hause bauen, aber eine funktionierende, tatsächliche Spaltung oder Fusionsbombe nicht. Außerdem, wie man so ein Ding bauen kann, weiß doch im Grunde jeder Physiker. So schwer ist das auch nicht. Ja, aber die Details nicht. Hallo Ethoclass, hallo Profiler, wenn ihr da seid. Oh. Geht's einfach mal, wenn ihr da seid. Ja, also Ethoclass ist in der Liste und Profiler auch. Dann müssen wir jetzt aufhören zu lästern. Oh. Schade. Äh, wer steht hier? Hier steht jemand rum. Und wo zur Hölle bin ich, verdammt? Ich hab keine Ahnung. Was ist das? Ich weiß, dass ich in dem Gebiet schon mal war. Aber ich weiß nicht mehr... Ich glaub, hier kenn ich das... Was soll das denn? Ne, ich will dich nicht klauen, Junge, aber sag mal. Wer bist du? Willst du was zu verkaufen? Ah, es hat sein... Ja, das ist schön. Was sagst du denn Schönes? Ähm, Mist, 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 mit ganz viel extra Mist, aber das will ich haben. Okay, was können wir dir denn an die Krämpfe schieben, mein Freund? Du kriegst ein bisschen Buffer, aber du wärst mit Drogen. Drogen sind immer gut. Zumindest für dich, nicht für mich. Ich will sie nicht haben. Jedenfalls brauchst du halt um eine Atombombe, also eine konventionelle, äh... Tofu, können wir das bitte nicht in meinem Part diskutieren? Doch, doch, ich find das jetzt wichtig. Ich hab das Thema angefangen. Ja, vor allem, ja, vor allem ist es dann mein Part, der gesperrt wird, wegen so'n Scheiß, ne? Es ist auch, der gesperrt wird. Ich hab über schlimmere Sachen in meinen geredet. Also jedenfalls brauchst du TNT, um eine Standard-Atombombe zu zünden. Wir müssen sowieso... Warte mal, lass mich erst mal den Part beenden, dann kannst du weiterreden. Nehmen Sie mir Bescheid, wenn... Da ist jetzt keine Aufnahme von, so. Ja, Leute, äh, wo auch immer wir hier sind, aber wir versuchen immer noch, äh, zu dem, wo wir hinwollen, äh, zu kommen. Wenn dann im nächsten Part und so, ihr wisst schon Bescheid. Äh, lasst mir doch eine Kommentarbewertung da. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Tschüss.